Und davor als letzter Redner ist am Wort, Janik Schetti, NEOS. Ja, bei diesen größeren Rochaden, da bleiben die kleineren Ressorts oft unberücksichtigt. Und so ist ja auch im Zuge dieser Regierungsumbildung unter anderem der Zivildienst. Vom Landwirtschaftsministerium zur Frau Jugendstaatssekretärin gewandert. Und wenn man sich ja anschaut, wie dieses Ministerium, ehemalige Ministerium der Frau Köstinger, jetzt ausfiletiert worden ist, dann merkt man erst wieder, wie absurd diese Zusammensetzung damals war. Zivildienst, Telekommunikation, Landwirtschaft und anderes. Ist, glaube ich, gut, dass es wieder aufgetrennt wird, weil die Argumentation, warum das damals so zusammengelaufen ist, die war ja mehr als fragwürdig. Und das hat sich dann auch wieder gespiegelt in der Ernsthaftigkeit, mit der sich die Frau Köstinger auseinandergesetzt hat, mit den einzelnen Themen, zum Beispiel mit dem Zivildienst. So hat es mehr als zwei Jahre gebraucht, bis die Zivildienstsprecher einen Antrittsbesuch gemeinsam bei der Frau Ministerin bekommen haben. Und auch sozusagen während der Corona-Krise hat man gemerkt, wie ernst Zivildiener und Zivildienerinnen genommen wurden von der Frau Köstinger, weil sie gerade bei diesen Anliegen, die die Zivildiener so massiv beschäftigt haben, denen eigentlich fast durchwegs mit Ignoranz begegnet ist. Also, Frau Staatssekretärin, es kann nur besser werden in Zukunft. Und die Erwartungshaltung ist dementsprechend jetzt nicht wahnsinnig hoch. Die Latte liegt hier relativ tief, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut. Und ja, ich würde mir wünschen, dass Zivildiener wieder mehr in den Fokus der Politik rücken. Es betrifft immerhin 50 Prozent der Menschen in Österreich, 50 Prozent der jungen Menschen, die einen Wehersatzdienst oder einen Wehrdienst leisten müssen. Sie werden dazu zwangsverpflichtet. Sie wissen, was da unsere Haltung dazu ist. Wir sind ganz grundsätzlich gegen diesen Zwangsdienst. Aber es gab 2013 eine Erfolgsbefragung dazu. Und es steht jetzt nicht zur Debatte, ob man dafür oder dagegen ist. Aber wenn man jungen Menschen schon so tiefgehend in ihre Grund- und Freiheitsrechte eingreift, dann haben wir die Verantwortung, dass die Rahmenbedingungen entsprechend menschenwürdig gestaltet werden. Und in diesem Zusammenhang, Frau Staatssekretärin, stimmt mich Ihr Interview, was Sie gestern im Kurier gegeben haben, schon nicht wirklich optimistisch. Da sagen Sie auf die Frage nach Ihren Prioritäten im Zivildienst, sagen Sie Zitat, was nicht geht, ist, dass junge Burschen in der Kampfmannschaft des Fußballteams spielen und gleichzeitig untauglich sind, weil sie eine Dioptrien zu viel haben. Ja, eh. Ich glaube, das findet niemand gut. Aber gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit, alle jungen Menschen, alle jungen Burschen unter Generalverdacht zu stellen, dass sie sich da die Untauglichkeit erschleichen, das finde ich nicht wirklich einen ordentlichen Zugang. Stattdessen sollten wir über die Verbesserungen im Zivildienst sprechen. Die Vorschläge von uns liegen da schon lange auf dem Tisch. Da geht es einerseits um eine Angleichung des Zivildienstes an die Wehrpflicht. Worum sind es einmal sechs Monate, worum sind es da neun Monate? Es geht um Kleinigkeiten, die aber zu großen Nachteilen für die Betroffenen führen, zum Beispiel um die Abschaffung von absurden Krankenstandsregelungen. Da ist es zum Beispiel so, wenn man mehr als 24 Tage krank ist, wird der Zivildienst zwangsweise unterbrochen. Hat während der Corona-Krise dazu geführt, dass viele, die in Quarantäne gehen haben müssen, dass deren Zivildienst dann unterbrochen wurde. Auch da hat man keine Regelungen von Seiten der Ministerin Köstinger gefunden. Es geht um eine rechtliche Gleichstellung in der Bundesverfassung. Worum sprechen wir immer noch von einem Wehrersatzdienst? Worum kann man das nur machen, wenn man aus Gewissensgründen keine Wehrpflicht leisten möchte? Und wir müssen natürlich auch über die Grundvergütung reden in Zeiten der Teuerung. 346 Euro zuzüglich Verpflegung. Frau Staatssekretärin, ich weiß nicht, ob Sie einen Monat lang mit diesem Geld auskommen würden. Ich glaube, vielen hier würde es schwerfallen. Zivildiener müssen mit so wenig Geld auskommen und da müssen wir auch darüber reden. Frau Staatssekretärin, ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer neuen zusätzlichen Aufgabe. Wir werden Sie natürlich wie immer an Ihren Taten messen. Und unsere Hand ist auch für eine Kooperation mit dem Parlament, wie auch in der Vergangenheit, ausgestreckt. Die Rahmenbedingungen im Zivildienst seien verbesserungswürdig, sagt Janik Schetti von den Neos. Er ist Zivildiensprecher seiner Partei. Es brauche außerdem eine zeitliche Anpassung, denn der Wehrdienst dauere nur sechs. Der Zivildienst hingegen neun Monate.